Hi, guck mal was heute angekommen ist. Ich war gestern bei Rewe, hab diese Pizza nach überall gesucht und sie war sold out. Wie soll ein Blitz treffen, wenn ich lüge? Und jetzt ist meine Diät sowas von gewesen. Nur am Schock, sorry, dass ich deine Pizza schon mal öffne, aber... Also ich nehm einfach die zwei vegan und du nimmst die zwei mit Rindesalami. Ich find, das ist eine gute Lösung. Mal miese Props an dieses Design geben. Leute, ich hab mich vorhin geirrt. Eine ist vegetarisch mit Hanfsoße und Creme Fraiche. Und die andere ist mit Rindesalami und einem Drei-Käse-Mix. Und an dieser Stelle, weil sich ja alle Rapper immer schämen Werbung zu machen und ich als ehemalige YouTuberin... That's all me, I got you. Deswegen, ab sofort sind diese beiden Pizzen bei Rewe erhältlich. Seid schnell... Gut, diese Sticker aussehen auf diesen Pizzaboxen. Also Leute, seid schnell. Kappi sagt's auch. Holt euch die Pizza. Dann siehst du nicht. Ich schwör's euch, die wird nicht lange am Start sein. Guten Appetit!